Liebe Schwestern und Brüder, um die Wucht der Aussagen des Paulus zu verstehen, die wir heute im 8. Kapitel des Römerbriefes hörten, müssen wir uns zuallererst von der Banalität verabschieden, die mit dem Gespräch und mit der billigen Rede von der Liebe Gottes verbunden ist. Als wäre das das Selbstverständlichste der Welt. Wenn wir so denken, wenn wir diese Liebe wie einen Automatismus für uns in Anspruch nehmen und denken, das ist normal, dann verstehen wir weder Paulus noch das Christentum, noch haben wir eine Ahnung von Gott. Das ist das, was Paulus hier vertiefen will, weshalb er diese große Aufzählung mit diesen Gegensatzpaaren hier aufnimmt. Er kommt aus dem Judentum, wo es die verbreitete Überzeugung gibt, dass die Engel eifersüchtig den Herrschaftsbereich Gottes bewachen. Es gibt im Judentum Erzählungen, dass sich die Engel darüber beschweren, warum sich Gott mit so etwas wie Menschen abgibt. Das entspricht nicht seiner Macht, nicht seiner Herrschaft und seiner Herrlichkeit. Aber das ist die große Revolution, die eingeleitet ist, dass Macht und Herrlichkeit da sind. Er ist allein, der sie beanspruchen kann, der lebendige Gott. Dass er trotzdem aber über seine Grenzen hinausgeht oder, man könnte es halt auch sagen, über seinen Schatten spricht. In dem er Macht anders wahrnimmt, anders als wir sie gewohnt sind, mit Druck und Unterdrückung, mit Beeinträchtigung und Freiheit. Gott nimmt seine Macht wahr im Lieben, ohne dass dadurch seine Macht geringer würde, seine Herrlichkeit geringer würde, seine Herrschaft geringer würde. Gott hat hier seinen ganz eigenen Weg. Wie sollte er uns mit dem Sohn, den er uns gibt, nicht alles schieben? Es kann kein Dazwischen geben zwischen Gott und Mensch. Es kann sich niemand dazwischenstellen. Kein Engel, keine andere Kreature, wie Paulus sagt. All das ist überwunden. Wir müssen vielleicht ganz neu lernen, von der Liebe Gottes zu denken und dann zu erfahren im nächsten Schritt, was es bedeutet, dass wir von Gott Geliebte sind. Beim Nachdenken über diese Verse kam mir dieses schöne Liedspruch von Terstegel in den Sinn. Wenn man dazu noch die wunderschöne Melodie von Bortnians gehört, dann verbindet sich das zu einer schönen Einheit. Ich bete an die Macht der Liebe, die sich in Jesus offenbart. Vielleicht nehmen wir heute diesen Satz mit. Es ist so etwas wie eine Zusammenfassung dessen, was uns Paulus in diesem Abschnitt im achten Kapitel gesagt hat. Ich bete an die Macht der Liebe, die sich in Jesus offenbart.